Hallöchen miteinander. So wir sind wieder da. Hat gerade was geblinkert. So. Oh. Ich hoffe. Sorry Leute, dass Videos erst wieder zu spät kommen. Die Arbeit ist leider wieder ein bisschen sehr hart. Aber wir versuchen unser Bestes. Ja wie gesagt, wir hoffen, dass es besser läuft bald. Und würde ich sagen, dass es dann auch wieder mehr Aufnahmen machen kann. Und dass die Arbeit wieder ein bisschen ruhiger läuft. Dann kriegen wir das dann schon wieder hin, dass regelmäßig Videos kommen. Ich freue mich trotzdem auf jede Unterstützung von euch. Und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei jeder Folge, die ich mache. Und ja. Dann lassen wir uns mal ein bisschen loslegen hier. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe, dass wir mit dem kein Problem kriegen Dieses Versprechen kannst du nicht halten Aber bitte, wenn es so kommt Lass nicht zu, dass er mich zurückbringt Dazu kommt es nicht Ja, hoffen wir mal Hier habe ich ein bisschen mehr Munition Achso, wieder ein neuer Bereich Und wieder eine Ladefiktion Das ist so nervig, das waren bei den anderen Teilen die so extrem Naja, hier gucken wir mal Und bin ich hier geduckt Ich sehe aus, ob ich geduckt wäre Okay Okay Voller Krieg hier Da unten ist ein Riss Was ist das da? Ich komme hier raus? Ne, ne Ich komme nicht raus Okay, müssen wir denn hier schießen Ich bin da Okay Oh, wie komme ich denn hier raus? Was ist das denn? Ich bin mir gar nichts Was ist das denn da? Ich komme nicht dran Kann ich nicht Scheiße Dafür was? Ich kann hier nichts machen Ich kann nur den Triss anmachen Was ist das? Was ist das? Wow Ich komme auch mit Ball auf mich zu Ja, ich kann helfen Ja, echt Ja Und wie bringt mir das hier nichts Los Aber wie kann Die Waffe dafür nicht Wo hat die jetzt ne Munition her? Ich kann nur, dass ich ballern soll Ich muss schon mal hier raus Bitte Scheiße Ich kann hier nichts machen Ah Ich sehe Ja, okay Jetzt kommen wir hier hoch, ne So, dann gucken wir erst mal Wie geht's Wie geht's? So, wer bist du denn? Fertig Oha, lass mich vorbei Lass mich mal vorbei Lass mich vorbei Wo müssen wir hin? Ich werde nicht wo wir hin müssen Ich weiß gar nicht wo wir sind Was ist das? Ne, Salz braucht man nicht Okay Okay, dann gehen wir wieder hoch Ah ja, genau Dahin müssen wir wieder Okay Lass das auf, danke Darf ich mir direkt mal neben mir Oha, was ist das denn? Was ist das denn? Wieder so ein riesen Vieh Die Waffe ist zum Kotzen, echt Au Fuck Fuck Lass mich mal weg hier Ich hab keine Chance gegen den Mit der Waffe Oha Oha Ich fangen wir, danke Ich glaub ich mal Kann ich mir eine andere Waffe holen Hier Was sind wir denn hier? Um Panzerfaust Ich will keine Panzerfaust Kann ich nicht kaufen? Och man Okay Gibt's auch nicht Ups Hab ich noch ein Medikiv hier? Ja Was hast du für mich? Gesundheit Nur Munition Und mein Mist Ich hab kein Hallo Komm schon nicht mal weg hier Komm schon nicht mal weg hier Hallo Weg hier Ach shit Ich kann mich noch nicht mal weg hier Ich hab noch vier Munition davon Ich hab noch vier Munition davon Woll der Schwede geht der mir um den Sack ey Woll der Schwede geht der mir um den Sack ey Jetzt hab ich glaub ich falsch gemacht aber egal Ich weiß es ja So Ah da hinten sind noch Medikids Das hätt ich wissen müssen Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Wo müssen wir 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 hin? Wann mal springen erstmal hier ab Mal gucken was gibt's hier Hals Panzerfaust Keine Ahnung wo wir hin müssen Nein Das wollte ich jetzt gar nicht So Ich sehe nicht wo wir hin müssen Ach so Der ist doch Wo muss ich denn da hin? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin? man sieht nicht wo wir hin müssen Ich spring mal hier ab Sagen wir mal, wo ist das Dinge? Wo ist das Dinge? Wo wir da hinten? Das ist das Dinge? Ach man Wo ist das Dinge? So, ich muss mit denen fliegen. Okay. Was? Was? Da lang, da lang. Da lang nach oben. Da ist das Seelen jetzt. Was? Ich bring mal da, ja? Danke. So. So, auf welchen muss ich? Den muss ich. Hä? Ich hab kein... Hier muss ich runter. Hier waren wir doch. Verstehe ich nicht. So. Hier müssen wir rein. Ah, alles klar. Hätten wir eigentlich schon oben bleiben können. Aber wir haben noch einen Leichen. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Alles klar, wir gehen hier rein. Gucken wir mal, was es hier ist. Wo müssen wir hin? Was ist das denn? Was ist das denn? Neue Kraft. Neue Kraft. Und nicht schlecht. Und nicht schlecht. wir brauchen noch nie wollen wir So, was haben wir hier? Okay, alles klar. Dann machen wir das mal voll. Okay, wo müssen wir hin? Ah, das ist ein bisschen schon... Alles klar, was geht denn hier ab? Das müssen wir dann abhaken nur. Wo müssen wir hin? Das ist ein bisschen komisch hier gerade. Das hätte ich hier machen können. Der Leiche durchsuchen. Okay, wo lang? Da sind so viele Leiche. Lassen wir mal hier reingehen. Kann nichts machen. Was ist das? Lady Comstock? Das Kleid... Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Ich muss zum Grab laufen, oder was? Was ist das Grab? Das ist der Friedhof, wo meine Mutter liegt. Okay. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo nach suchen wir? Da ist es. Okay, dann lassen wir mal hingehen. Alles klar. Ganz schnell. Okay. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock Haus rein. Sie ist deine Mutter. Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk noch mal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf, oder muss ich ohne dich rein? Ach, soll ich jetzt die Tür aufmachen, oder was? Okay, darf ich das aufmachen? Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Elizabeth. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Angesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Wie soll ich das machen? Alles klar. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.